Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Alle Geschenke dieser Welt sind wertlos gegenüber diesem wertvollen Geschenk. Jesus, siehe, dein König kommt zu dir in dein Herz. Wie viel Raum hat der König in deinem Leben? Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Wer kennt alle dieses Lied? Ja, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Ach ja, ihr Lieben, ich verstehe die Bibel irgendwie anders. Könnt ihr euch diesen Stress vorstellen, 2020 Mal wieder geboren zu werden, wieder in der Krippe zu liegen, wieder die Könige zu sehen, wo ja in unserer heutigen Zeit auch wieder nicht einfach ist, wegen den ganzen Rassenproblemen und so weiter. Lieben, diesen Stress muss sich Jesus nicht mehr antun. Gott sei Dank kommt er nicht wieder in die Krippe, sondern ist schon die ganze Zeit da und möchte in dir leben. Nicht nur an Weihnachten, nicht nur in der Adventszeit, er möchte mit dir leben. Ja, wieso sind die Lieder so schön und so nett? Ja, man sagt, das sind doch Kinderlieder und man gedenkt an Jesus, aber wieso soll er dann alle Jahre wiederkommen? Er ist eigentlich da geblieben. Er ist dann ans Kreuz gegangen und hat uns den Tröster, den Heiligen Geist gesandt, der mit uns ist. Und so ist Jesus in jedem, der Ja zu Jesus gesagt hat. Ja, aber die Welt liebt das Kinderlein. Egal welche Religion, hat kein Problem mit dem Kinderlein in der Krippe, weil ein Kind hat man im Griff. Ich bin ja auch vierfacher Opa und habe das viermal miterlebt, so ganz kleine Kinder, die, ja, so ein paar Stunden nach der Geburt, da musst du schauen, dass nichts kaputt geht, wenn du die anfasst. Die sind so klein und so winzig und dann werden sie relativ schnell groß. So war es auch bei Jesus, aber man möchte ihn gern klein haben und dann ist ja alles soweit in Ordnung. Aber beim König muss man sich unterordnen und mein Jesus ist nicht mehr in der Krippe, sondern es ist mein König. Ist auch dein König? Mein König. Kommst du zum Kind in der Krippe oder kommst du zu dem Thron des auferstandenen Jesus? Du sagst, heute ist nicht Ostern, richtig. Aber ohne die Auferstehung hätte eigentlich die Geburt Jesu nicht viel wert. Es wäre wirklich eine Geschichte und sonst hätte sie nicht viel wert. Aber die ganze Geschichte geht ja weiter. Und Jesus ist mein König. Er möchte auch dein König sein. Und ich möchte dich heute wirklich fragen und die Frage stellen, wie groß ist dein Jesus? Sagst du, okay, ein bisschen größer, 2,20 Meter. Nein, ich meine nicht diese Größe, sondern ich meine, wie viel Raum gewinnt er oder darf er in deinem Leben einnehmen? Wie viel Raum gibst du Jesus in deinem Leben? Heutzutage in dieser Zeit heißt es nicht mehr oft, wir feiern Weihnachten, sondern Weihnachten ist ein Familienfest, eine Familienfeier. Und das ist auch gut, wenn die Familie zusammenkommt, aber man drückt immer mehr das Geschehen, dass Jesus auf diese Erde kam, immer mehr hinaus in eine richtige Feier. Und feiern will eigentlich jeder. Egal welche Religion. Und wenn es Weihnachten ist, macht das auch nichts aus. Hauptsache, man hat was zum Feiern. Hauptsache, die Familie kann und darf zusammenkommen, was in unserer heutigen Zeit eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat. Und das ist auch wichtig, dass Familie zusammenkommt. Aber als Christ gehört zur Familie auch Jesus dazu. Das ist wirklich das beste Familienmitglied, denn wir dürfen als Christen, wir dürfen bei Jesus am Tisch Platz nehmen, denn wir sind seine Familie. Und wenn du auch keine hast oder hast so eine Stressfamilie, wo du sagst, oh, liebe Zeit, mit dem kann ich es nicht, den mag ich nicht und den will ich nicht. Ich sag dir, wenn du an den Tisch zu der Familie des Herrn kommst, da ist eigentlich Frieden, weil der Friedefürst am Ende vom Tisch sitzt. Ja, viele, viele auf dieser Welt und fast alle sagen eigentlich ja zu Weihnachten. Tolle Zeit, wunderbare Zeit, Freizeit, Familie, aber sie sagen nein zu Jesus. Und das ist der große Unterschied. Ich habe mal eine Frau gesehen, die zurückkam mit all dem, all der Hetze, all den Päckchen kaufen und dass der Oma irgendwie was und dem die Pralinen und den Kindern das Auto und so weiter und dann muss man noch was basteln und dann habe ich mal eine Frau sagen hören, wenn ich den finde, der Weihnachten erfunden hat, den bringe ich um. Weil es ist so viel Stress. Und ich möchte dir sagen, wenn du genauso denkst, das musst du nicht mehr tun, das ist schon passiert, Jesus wurde ans Kreuz gehängt. Er wurde nicht von jetzt einer Hausfrau, die alles gut meint und im Stress ist, irgendwo jetzt umgebracht, aber Jesus ging für uns ans Kreuz. Du sagst, hallo, es ist Advent, wieso kommst du schon wieder mit Ostern? Ja, er ging für uns ans Kreuz, damit er uns unser heutiger König ist. Und ich möchte euch den Vers vorlesen aus Saharia 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Siehe, dein König kommt zu dir. Und ich möchte das beginnen mit dem Wort Siehe. Das heißt, schau mal her, pass mal auf. Siehe, siehe, dein König kommt zu dir. Siehe und ich möchte dich wirklich mal wachrütteln, nicht irgendwo jetzt, gut, jetzt sind wir in der Adventszeit und jetzt haben wir noch ein paar Tage zu Weihnachten und ja, alles geht so unter. Ich sage dir, nimm dieses Wort Siehe. Siehe, schau hin, schau hin, dein König kommt zu dir. Das heißt, pass mal auf, es passiert was ganz, ganz Wichtiges. Dein König kommt zu dir. Es ist nicht ein König kommt nach Karlsruhe, sondern dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. In der heutigen Zeit, wo man nicht mehr in allen Volumen alle treffen kann und nicht mehr alles so geht, wie es sonst gegangen ist, ist doch das ein Wort. Siehe, dein König, dein König, nicht Tante Agade, sondern dein König kommt zu dir. Er kommt zu dir. Ist das nicht was Wunderbares? Siehe, dein König, es ist dein König, das ist was Wunderbares und er kommt zu dir jetzt. Ja, halt, es ist noch nicht 24. Bescherungszeit, nein. Dein König kommt zu dir. In dem Moment, wo du sagst, ja, komm, komm. Und nicht so wie so manches Gebet, oh Herr Jesus, sei unser Gast. Lass ihn nicht nur Gast sein, sondern lass ihn bei dir wohnen. Lass ihn bei dir wohnen. Sonst können wir wieder sagen, alle Jahre wieder, so Gast, ja, zu Weihnachten war Jesus bei mir zu Gast. Oh, ja, schön. Aber ich sag dir, die Leute, die bei dir wohnen, die wissen alles, stimmt's? Die wissen alles, auch wenn sie es nicht wissen sollten. Die wissen alles. Und auch Jesus weiß alles, wenn er bei dir wohnen darf. Und das ist so wunderbar. Du sagst vielleicht, ja, ich habe eine Einzimmerwohnung, habe keinen Platz. Ich sag dir, Jesus passt überall rein. Wenn du im Platz gewährst, wenn du ihm richtig Platz gewährst und gib ihm so viel Raum in deinem Leben, ich sag dir, es wird dir dann richtig gut gehen. Du wirst dich wohlfühlen, auch in einer Zeit, wo man sich nicht wohlfühlen kann, wo alles so schweißlich ist, wo alles so eingeschränkt ist. Ich sag dir, siehe, dein König kommt zu dir. Der kommt zu dir. Wie gehst du damit um? Ich habe ein wunderbares Beispiel gehört von dem Pfarrer Wilhelm Busch. Er ist schon lange heimgegangen beim Herrn, aber er war in Oslo, in der Hauptstadt von Norwegen und ist eines Morgens zum Königspalast gegangen und hat gesehen, dass da ziemlich Umtrieb ist und dass da viele Leute sich versammeln und er wollte eigentlich nur spazieren gehen. Er hatte dort eine Predigt zu halten und hat dann junge Leute gefragt, sag mal, was ist hier los? Als sie sagten, ja, weißt du das nicht? Der König kommt gleich. Der König kommt gleich hier vorbei. Sagt er, oh schön, dann möchte ich auch mal den König sehen. Und auf einmal rennen alle Leute weg auf einen Platz und er hinterher und was sieht er? Er sagt, er hat die Sophia Lorraine dort gesehen, die Autogramme gab und die jungen Leute, Autogramme, Autogramme, ist vielleicht nicht mehr der Hit Sophia Lorraine für die jungen Leute heute, aber vielleicht für damals. Aber Autogramme, Autogramme, Autogramme und wo das Ganze rum war, dachte er, ja, ich wollte doch eigentlich den König sehen, er geht zurück und er bemerkt, der König war da, aber er war nicht da. Ich finde das so ein richtig tolles Beispiel für die heutige Zeit. Was lenkt uns alles ab? Es ist nicht mehr Sophia Lorraine, die uns ablenkt, zumindest nicht viele. Heute ist ein Virus, Corona, was lenkt uns noch alles ab, Pandemie, es gibt Dinge, die wir vor ein paar Jahren noch nicht mal schreiben konnten, Arbeitslosigkeit, Angst und man ist da und schaut, wie groß die Angst ist, man schaut, wie groß das Chaos ist und bemerkt nicht, dass der König da ist und eigentlich wartet, bis man ihm begegnet. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Bist du bereit oder bist du so beschäftigt, sagst, oh Herr Jesus, du musst verstehen, die vier Wochen vor Weihnachten, die vier Wochen vor Heiligabend, da habe ich keine Zeit für die, ich muss erstens, zweitens, drittens, viertens und du es weißt noch und den besuchen, den besuchen, das besuchen, jenes. Dann will ich auch in die Kirche gehen und das und jenes. Und Gott sagt, siehe, ich, dein König, ich komme zu dir. Und ich sage dir, du kannst jeden einladen, wie du darfst und wie du willst, aber lade den König nicht aus, vor lauter Beschäftigtsein. Siehe, dein König kommt zu dir. Und ich sage dir, er kommt auch zu dir in diesem Jahr und im nächsten Jahr und morgen und übermorgen. Jesus ist das Wichtigste für dein Leben. Wenn du daran zweifelst, nimm dir mal Zeit und denk mal drüber nach. Es reicht nicht, wenn wir wissen, er war da, er war in der Krippe, er war sogar in Bethlehem. Nicht nur in der Bibel steht es, Geschichtsschreiber haben das geschrieben, er war wirklich da. Es ist Tatsache, Jesus war da in Bethlehem und lag dort in der Krippe, er war da. Was nützt es dir heute, wenn du das weißt und sonst nichts daraus machst? Was nützt dir das? Es nützt dir gar nichts. Ja, er war in Bethlehem, ja. Ja, er ist in der Bibel. In der Bibel wird von Jesus im Neuen Testament gesprochen, schon im Alten Testament, prophetisch. Jesus ist in der Bibel, ja, ich habe ihn in meiner Bibel, in meinem Haus, in meinem Nachttisch, da in der Bibel, da ist Jesus drin, ich habe Jesus. Schön. Aber die 50 Zentimeter von dem Buch bis ins Herzen, das ist das, siehe, dein König kommt zu dir. Nicht dein König ist in der Bibel, von deinem König ist in der Bibel geschrieben, nein, siehe, dein König kommt zu dir. kommt zu dir. Ich möchte, ich möchte einen Vers lesen aus Offenbarung 1, Vers 4. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Gnade, das brauchen wir heute ganz besonders. Der da ist, er ist nicht Geschichte, er ist heute der König, dein König, der zu dir kommen möchte. Er ist Realität, er ist da, er ist dein König. Der da ist, der da war, er war. Klar, wir lesen es in der Bibel, wir sehen viele Beispiele. Er ist aber auch, der da kommt, auch die Zukunft. Er ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer Person und dieser König sagt, siehe, ich, dein König kommt zu dir. Freust du dich da? Gott kommt in Form von Jesus zu uns. Jesus ist von dem Thron aufgestanden und kam auf diese Erde. Ja, er kam auf diese Erde und brachte uns Lösung. Er brachte uns die Erlösung von Schuld, von Sünde und das ist was Wunderbares, das kann kein anderer als Jesus und dieser Jesus sagt, siehe, ich, König, komme zu dir. Die Frage ist, muss Jesus moderner werden? Oh Herr, du musst dich ganz verändern. In dieser Zeit, du musst dich ganz verändern. Er kommt nicht als König in dein Leben und hat eine Maske auf und sagt, das ist jetzt heute in. Nein, er kommt zu dir und ist dir näher, als dir deine Frau oder Freunde sein können. Er kommt zu dir in dich hinein. So nah kann keiner sein, das kann keiner verbieten, das kann keiner verwehren, nur du kannst es verwehren, indem du ihm nicht die Tür aufmachst zu deinem Leben. Wir sind die, die wir uns ändern müssen, nicht Jesus muss sich ändern. Jesus kommt klar mit jeder Zeit, mit jeder Situation, mit jedem Chaos bei dir, Jesus kommt damit klar, weil er all diese Dinge ans Kreuz genommen hat. Und das ist das Wunderbare, er hat alles ans Kreuz genommen. Wie viel Raum, wie viel Raum hat der König in deinem Leben? Den Raum von Heilig Abend, den Raum von Weihnachtsgottesdiensten, den Raum vielleicht von noch paar feiern oder darf er in dir leben? Manche meinen, es sei egal, welchem Gott sie angehören. Ich sage dir, in allen Religionen der Welt heißt es, geht hin und such den Gott, sucht einen Gott und arbeite fest, damit du irgendwelche Verdienste hast und du musst Leistung bringen. Von Jesus heißt es, siehe, dein König kommt zu dir. Du musst jetzt nicht irgendwo hinfahren, nicht mal nach Jerusalem, du musst nirgends hinfahren und irgendwelche Leistung bringen, nein, es heißt siehe, dein König kommt zu dir, direkt in dein Leben hinein. Ist das nicht wunderbar? Setze deinen Namen ein, er kommt zu mir und du weißt, wie du heißt, er kommt zu mir, ein Gerechter und ein Helfer, er möchte dein Helfer sein und ich sage dir, er ist ein großes Geschenk, das größte Geschenk, das wir haben können und wisst ihr, was wir ihm schenken können? All unseren Schrott, unsere Angst, unsere Not, unseren Hass, unsere Armut, unser Verzagtsein, unser alles können wir schenken, er sagt, kommt zu mir, die ihr beladen seid, wir dürfen ihm all den Schrott schenken, schenkt nicht den Schrott deiner Verwandtschaft, es gibt ja vielen Schrott, der in Weihnachten verschenkt wird, aber ich meine jetzt, deine ganze Belastung, schenk es nicht deiner Verwandtschaft, indem du sie hast und so weiter, schenke den ganzen Schrott und Jesus freut sich, wenn du den ganzen Schrott deiner, deines Daseins ihm schenkst, weil er schenkt dir dann Befreiung und freut sich, mit dir glücklich zu leben. Sagst, ich kann doch Jesus nicht das schenken, ich muss ihm 52 Gottesdienst dem Jahr schenken, ich muss ihm 365 Andachten schenken, wo ich lese, ich muss ihm das Gebet schenken und so weiter, ja, das ist alles wunderbar, aber in erster Linie, schenk ihm deinen ganzen Schrott, er freut sich darauf, weil er möchte dich befreien von all diesen Lasten, für die er für dich ans Kreuz gegangen ist. Wenn du sagst, das habe ich Gebet und sag Herr, ich schenke dir all meinen Frust, all meinen Schrott und Gott sagt dann und Jesus sagt, mach weiter, mach weiter, gib es her und dann kommt so eine innere Stimme, die sagt, du kannst doch dem König aller Könige nicht deine Angst schenken, das ist doch kein würdiges Geschenk, er möchte es haben, damit du frei und glücklich leben kannst. Amen, er möchte es haben, tu wirklich deinen ganzen Schrott abladen, er möchte es haben und er freut sich, wenn du ihm das gibst, gib es nicht deinem Nachbarn, gib es Jesus. Es heißt, unsere Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Frieden, damit du Frieden hast, damit du Frieden hast, sei ehrlich, wenn du mit Gott redest, alle Geschenke dieser Welt sind wertlos gegenüber diesem wertvollen Geschenk Jesus. Siehe, dein König kommt zu dir in dein Herz. Dein König kommt zu dir und du sagst, wie geht sowas? Ich sag dir, öffne die Tür deines Lebens, lass ihn Anteil an deinem Leben haben und Jesus möchte jeden Tag in jeder Situation mit dir dabei sein. Er möchte dich beschenken mit Weisheit und allem, was du brauchst. Er sagt, hol dir das Geschenk ab, mach es auf, du musst gar nicht länger warten, heute will ich dich beschenken. hol es ab, dieses Geschenk, sie dein König kommt zu dir. In der Bibel heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Kraft, Gottes Kinder zu heißen. Wie wunderbar. Und nochmals Saharia 9, Vers 9. Sie dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und ich sage dir, nimm das Beste, das du bekommen kannst, nimm das Beste, das du bekommen kannst, in dein Leben auf. Sie dein König kommt zu dir. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de Wir freuen uns auf dich. Monats ist ein family aden M h limited hot to watt to